Hallo und herzlich willkommen zu meinem FAQ-Video, also Fragen für das FAQ. Und zwar wollte ich die ganze Zeit schon ein FAQ-Video machen, aber es ging leider nicht. Ja, da meine Noten in der Zwischenzeit ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ja, habe ich wieder Zeit, also das Lernen ist jetzt auch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeit. Und deshalb kommt heute dieses Video schon raus, also Donnerstag. Und ja, hier sieht man schon mal, hier der hier, da habe ich dem das Visier hier schon mal, äh, weiß, macht mit weißer Farbe. Hier, die Arme, dann der Droide hier und dann noch mein, ich gehe mal ein bisschen ins helles Licht. Also ihr seht schon hier, der, der ist hier grün und so weiter, das ist, das ist so angemalter Dreck von mir, also das ist so laubgrüne Farbe. Und da habe ich mir gedacht, ja, da, ja, das sieht eigentlich richtig cool aus. Hier noch so ein rotes Dreieck, ein bisschen nachgezogen, die Farbe. Äh, ja. Der Droide. Ups. Die Hand, das darf nicht auf dem Boden sein. Also, äh, ja, das habe ich bei dem auch gemacht, hier so, das glänzt auch jetzt richtig schön. Seht ihr das? Oh, wie das glänzt. Oh, ne. So, ähm, ja. Ja, ihr könnt mir fragen zu meinem FAQ-Video, stellen, dass ich, ähm, diese Woche hoffentlich noch mache. Und zwar, ähm, Regel ist, ihr könnt mich alle, also ihr könnt mich alles fragen, es muss, es muss halt logisch sein. Also, jetzt bist du, bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge, das ist, äh, oder hast du einen YouTube-Kanal. Also, das könnt ihr natürlich schreiben, werde ich aber nicht dran nehmen. Ähm, ja, äh, was noch? Äh, Wohnort, sei ich nur, Bundesland und Region? Äh, also jetzt nicht irgendwie so Städte, also zum Beispiel wohnst du in Bamberg oder so. Ne, also, das werde ich aber nicht sagen, sondern ihr könnt, ihr könnt alles hin schreiben, nur, ich nehme mal so sinnlose Fragen nicht mit rein, sondern wirklich Fragen, äh, wie zum Beispiel, äh, wie alt bist du? Das ist, dann sage ich euch auch nur den Tag und den Monat. Ähm, was noch? Ja, was sind da jeweils deine Lieblingsband oder sowas, das kann ich euch schon sagen, was sind da noch Hobbys und so weiter, könnt ihr alles mich fragen. Ich habe jetzt im Moment 17 Abonnenten, ähm, ja, das ist natürlich auch richtig cool von euch, also, ähm, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, weil, ähm, vor zwei Tagen hatte ich nur 14 Abonnenten. Gestern, äh, schaue ich rein, drei Abonnenten, dann steht, es sind schon 17 Abonnenten, also, ich freue mich natürlich drauf, dass immer mehr Leute meine Videos anschauen, äh, mein nächstes Abonnentenspecial ist natürlich das 30 Abonnentenspecial, da kommt mein silberner Klon dann, also, ja, ich habe den für 10 Abonnentenspecial geplant eigentlich, aber, der ist, äh, da ist die Farbe abgegangen und dann musste ich das neu machen. Und, da habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich halt den Panzer, den, den man hier noch sieht, ups, farbe das nicht abgeben, hm, ja, was, also, äh, ja, ja, Gott mich so ziemlich alles fragen, also, ähm, welcher Klassen bist du also, ja, Klasse, kann ich euch auch sagen, aber Schule halt nicht, weil ich will auch, äh, ja, ja, Privatsphäre und so weiter, ihr wisst schon. Ähm, ja, also das Visier von dem, dem hier, mache ich sogar wie bei einem, äh, Republic Commando, entweder mit grün, oder silber, ich habe auch, ich habe glaube ich noch gold hier irgendwo, aber, ja, schwarz, werde ich diesmal nicht machen, ähm, ähm, kann ich mir jetzt schon scheinen, wie ihr den findet, also, die Arme hier, ähm, die habe ich jetzt so mit Laubgrün noch ein bisschen bestehen, dass die auch glänzen, wo man, äh, ne, okay, der ist, also, die werde ich heute noch mal richtig anmachen, mit so einem dicken Stift, also, äh, den werde ich, äh, morgen eigentlich noch mal zeigen, also, wenn man mich am Park gefragt haben, ja, wie hast du den gemacht, äh, also, ähm, wartet mal kurz, den hier, also, der, 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 zeige ich nochmal, wie man den macht, also, einfach nur so drauf tupfen, ja, das ist eigentlich mal ein erfolgreichster Kasten bis derzeit, ja, ähm, also, also, ich freue mich natürlich, wenn ihr das Video hier positiv bewertet, und, ja, bis zum nächsten Mal, ähm, also, okay, die FAQ-Fragen bitte nur in dieses Video stehen, also in kein anderes Video, weil, ja, das verfehlt dann irgendwie, die, verfehlt dann irgendwie den Zweck, ähm, also bitte nur auf dieses Video, ähm, einen Kommentar abgeben, äh, was ihr mich fragen wollt, also, bis zum, bis morgen, mit meinem FAQ-Video, wenn ich genug Fragen hab, also, ja, hoffe ich diese Woche noch, weil ich freue mich eigentlich schon tierisch, äh, eure Fragen mir durchzulesen und euch vielleicht sogar anzunehmen, und die vielleicht euch sogar beantworten zu können, okay, also, bis zum nächsten Mal.